In diesem Bereich werden die Pläne der Designer und Konstrukteure das erste Mal zum Leben erweckt. Viele der Teile müssen von uns von Hand bearbeitet und finisiert werden, weil es dafür noch keine Serienteile gibt. Und es ist immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn die Uhren zum ersten Mal ticken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017